Wo ist der Fehler? Sogar der berühmte Herr Einstein hat diesen Fehler nicht gefunden. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass du es auch nicht finden wirst. Es schafft nur jeder fünfte Deutsche, den Fehler zu finden. Ich gebe dir 20 Sekunden Zeit, um den Fehler zu finden. Danach gebe ich dir die Lösung. Hast du die Antwort gefunden? Eigentlich war es ziemlich einfach und du wirst überrascht sein. Bevor ich dir die Lösung sagen werde, vergiss nicht zu liken und mitzufolgen, das unterstützt mich sehr. Somit wirst du auch keinen meiner kommenden Tests verpassen. Hier ist die Antwort. Achte auf die Fragestellung. Es fehlt das Fragezeichen, weil es sich um eine Frage handelt. Vielen Dank.